192. Nun die 192. Chevin Young, der 8-jährige Holsteiner Hengst, von Corrado 2 und Cassini 1 mit Bertrands Masnery. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Bertrand Masnery und Chevin Young mit einer startpunktfreien Runde innerhalb der erlaubten Zeit qualifiziert für das Stechen. Dann sind es zwölf Paare und auch das nächste hat gute Chancen in diese Stechen zu kommen. Das sind die amtierenden Landesmeister, die jungen Reiter und die Sieger. Untertitelung. BR 2018